So, es fehlt nur noch Lowell. Mal gucken, was er möchte und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Ich könnte danach rausgehen und eine Nebenquest machen. Aber ich glaube, das machen wir bei der nächsten Gelegenheit. Wenn wir wieder mehrere haben, dann machen wir wieder eine Ausnahme oder mehrere Parts der Nebenquests. Sarenz flasht ihr Fangen, eh? Sie ist großartig, dass sie Probleme machen. Ich glaube, Dagren ist mit den Bereitungen fertig. Er sollte noch auf dem zweiten Fluss, nahe der Topf der Strecke sein. Wir haben die Details abgeschlossen. Sind Sie bereit, Sarenz? Okay, time for work. Don't let me down. Lady Callista's engagement was to be celebrated with an extravagant ball. Nobles and aristocrats gathered from all over, not wishing to miss such an occasion. Kapitel 9. Schloss Lazulus. Balsaal. Zael, wir sind auf dem Platz. Shut your mouth. Aber es gibt nichts mehr zu tun. Ah, ich kann mich jetzt bewegen. Gut. Wenn wir jetzt Menschen empfehlen können, dann werden die Krieger nicht eine Fantasie. Bitte, Zael, das ist wichtig. So, darf ich jetzt? Wenn nicht, dann haue ich erstmal kurz ab. Hey, schau mal. Ja, der will immer noch reden. Das ist unser Boss. Count Hagenen. Äh. Ja, die Kapitel sind recht kurz. Hey, schau mal. Ja, ich weiß. Das ist unser Boss. Count Hagenen. Hey, schau mal. Hey, schau mal. Das ist unser Boss. Count Hagenen. Hey, schau mal. Das ist unser Boss. Count Hagenen. Ja. Oye, Maschinen. Hier, jetzt. Du hast mich verarschen. Ich gucke jeden an, den ich möchte. Hey. Oh, ja, okay. Du gehst mir auf die Nerven, Deckbar. Das ist unser Boss. Count Hagenen. Er war der vorherige Käuner, jünger Bruder. Er hatte keinen Titel seiner eigenen. Aber der vorherige Käuner hat plötzlich ein paar Jahre vor. Seine Daughter, Calista, sollte ihm zufrieden. Aber sie ist eine Frau, und an der Zeit, sie war nur ein Kind. So das ist das, wenn unser Boss stepped in zu sein, um die Familie zu sein. Das heißt, es ist nicht alles wegen der Glück. Er hat Cunning und Guile, auch. In nur ein paar Jahre, er hat seine Familie zu verbessern, und die Influen sehr starkt. Und das Mann neben ihm ist Lord Jorall. Heir, heir to the house of Duke Rambald. Er ist der Mann, die Lady Calista wird verraten. The house of Rambald ist bekannt für die Imperierer in ihrer Liniege. Aber es ist eine Frau auf der Verkaufung. Lord Jorall's marriage to the daughter of Amir Count kann nur ein Spiel für die Macht. They can see that the house of Argonen is on the rise. Mh-hmm. Kommt da noch was? Lords and Ladies, presenting Lady Calista. Lady Calista? Da oben. Lady Calista. Your beauty knows no bounds. Look at this rose, so lovely. But compared to you, it is but a weed. Now, walk with me. Zael, look, isn't that... No doubt. It's Lisa. Now, that's a shock. It's like... She's a completely different person. Zael, nobles are out of our league. All them also with the count's niece. Try and forget what happened last night. For both your sakes. Look, there's something wrong with Lady Callista. Look, there's something wrong with Lady Callista. Das war schon geil. Where are you going, my Muse? I must apologize, Lord Jor-El. I feel somewhat loosey. Wait, I... Such a delicate flower. No doubt nervous. It is her first time at such a magnificent ball, Lucy. Ach ja, und den Typen kann ich nicht leiden. Looks like Lady Callista makes her exit. Zael, listen to me. Don't get involved. Forget everything that happened. Äh, nein. Kann ich mit denen reden? Komm her, schlack dich doch. Oi, Massenry! Hier, jetzt! Oh, ach schon wieder. You do not even look at the count or Lord Jor-El. You got that? And don't even think about going near Lady Callista. Know your place. Alter, schlack dir gleich den Schädel ein. Get back to your post! Let me pass. I need to go outside. What are you yapping on about? Get back to your post! Oh boy. Hey. You said he needed to go outside, didn't he? There was a change to the roster. Why are you paying attention? I have heard nothing of the sort. That's odd. Look, come with me and we'll go and sort this out. I cannot leave my position unguarded. Well said. Zael, new orders. Guard this spot until we get back. Okay. 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 Thank you, Deacran. And that I can already get out. Lisa... S-Sorry, ich meine... Lady Callista, richtig? Zael, warum bist du hier? Ja, meine Schuld für nicht zu erwähnen. Nein, ich weiß nicht mehr. Warte, wo sind meine Manners? Meine Services wurden von der Count gegründet, als eine Hired-Guard, m'lady. Du bist ein Mercenari. Dann scheint es, wir waren beide einiges. Ich glaube, wir sind... Und bitte, nicht mit mir in so einer Formal-Way. Aber, m'lady... Es ist okay, niemand ist listening. Du hast meine Speciale Permission. Ich bin wirklich dankbar für deine Worte, m'lady. Hahaha. 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 Aber... Seriously, bist du der Count's niece? Ich sage, ich war mir überraschend. Aber es erklärt mir etwas über die letzte Nacht. Ich war so wunderschön? Nein. Nein. Ich habe nur gedacht, dass ein schmerziger Ogre sich selbst als ein Mensch war. Huh? Was meinst du, ihm selbst? Hahaha. 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 Say, Kalista. Are you okay? You looked like you were gonna cry. What? If you don't want to get married, you should just refuse the offer. But my uncle would never allow it. He aims to put Jural in a position of power within the Empire, then use his influence from behind the scenes. And he's willing to do absolutely anything to achieve that goal. Anything. When my father passed away, my uncle inherited his title and land. This place changed a lot after that. All who opposed my uncle disappeared. Issues which were discussed openly started to be resolved in secret, behind closed doors. People started dying under mysterious circumstances. Sometimes I even wonder about my father's sudden passing. But if I oppose my uncle, I dread to think what will happen to everyone. I don't have a choice. But, Kalista, surely you can't be... Of course I'm not happy with it. How could I be? They watch me, even when I sleep. It's impossible to get a single moment's peace. Then I wake up the next morning and hear that someone's died. Just another victim of my uncle's ambitions, no doubt. I feel so weak and powerless. Like I have to put up with it until I die. I don't know what I should do. Lord Jurel, over here! Ah, here is my muse. Of course, I can't. Ah, don't worry. Callista. An Opera without the leading lady makes for a rather poor show, do you not think. Are you trying to embarrass me, my kitten? No, I'm sorry, it's just... Ja, ja, keine Ahnung. Jetzt komm mit mir! Lord Jor-Al, bitte warte! Just who are you? A mercenary? My lord, Lady Callista hat mich informiert, dass sie nicht fühlt sich gut fühlt. Bitte lasst sie eine Zeit, für einen Moment. Ich werde keine solche Dinge tun. Sie ist meine Betrothung. Was ich mit ihr mache, ist mein Geschäft. Stand aside. Wenn sie deine Frau ist, solltest du sie ein bisschen besser als das tun? Zael! What did you say? Just what are your intentions towards Callista, you cur? It seems you were enjoying your private little chat. Lord Jor-Al, bitte stop. That's not how it was at all. Why do you defend such a lowly wretch? Oh, I see. Callista, how could you let yourself be seduced by this commoner? No, you're mistaken. I will not tolerate you openly wooing my betrothed. Draw your sword, you filthy dog. What's wrong? Are you scared, you craven cur? What? Just now I heard screams. What are you babbling about? Face me, you worm. Quiet! It's the Garak. What? That's impossible. This is Lazarus' castle. Why are the Garak here? No, look out! What's that? Lord Jor-Al, I'll hold them up here. You take Lady Callista somewhere safe. To, to someone, please. To save me! Callista, stand back! There are so many of them. What are we doing? I am a mercenary, after all. It's my job to fight them off. Then I shall fight them too. Are you okay, Zayl? Here. I'll see to your wounds. Thanks. Is this the same magic that Morania uses? When it comes to using magic, no one can rival the house of Argonon. Really? But... The Garak haven't attacked us in decades. Why now? Callista, it's dangerous here. Find somewhere to hide. I'm going to fight. What? I told you, my magic use is without peer. I told you, my magic use is without peer. I told you, my magic use is without peer. Okay. Take care. Right. Let me ask you, my magic use is without peer. Ich denke, es wäre mehr prudente, sich über die Graak zu beschäftigen. Hahaha, du hörst du das, Demilus? Wir können uns nicht verlieren. Wie kannst du das, General? Ich kann auch fighten. Du kannst uns nicht beschädigen. Natürlich nicht. Aber du? Ha! Hier geht's! Okay, dann können wir alles sehen. Und wir sehen. Und wir sehen. Einsamme. Äh, was? Aufstehen? Aufwirkungen, äh, für Barrierewirbel, äh, Lichtkreis. Ach so, okay. Lichtkreis, okay. Zack. Und schon haben wir... Gerald, diese Umgebung ist sicher. Wir sollten den Count. Wichtig. Mach haste. Du da, Lade. Proteste, Lady Callista. Unsere Aufgabe ist, den Count Argonen und Herrn Gerard. Ich bin Astar. Was ist dein Name, Lade? Zale, Sir. Ein guter Name. Und diese wunderschöne Kraft, von deinem. Kann ich auf das? Ja, Sir. Ich kann es kontrollieren. Eine gute Antwort, Sir. Nur lass es nicht sein. Na dann, Master Zale. Ich lasse Lady Callista in deiner Arbeit. Ja. Ja, Sir. Okay. Äh, Ausrüstung. Es gibt auch Autofunktion. Wie mach ich das denn jetzt? Ach hier, Auto ausrüsten. Gruppe. Machen wir Gruppe. Er sagt schwere Rüstung. Und Blutmond. Und Blutmond. Und Blutmond. Stufe 4. Helden. Jagd. 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 Leder. Und Lederleicht. Okay. Nee, dann würde ich sagen, er nimmt die Leichtrüstung. Sie. Nee, er bleibt bei der Tarnrüstung. Ich bin dafür. Das steht ihr im Besten. Jagd. Müssen wir gleich mal gucken. Eine war Seidenrüstung, ne? Ich glaube, sie war Seide. Genau. Sie war, glaube ich, Seidenrüstung. So. Und das ist bei ihm gleich geblieben. Okay. Äh. Farben. Na, Set. Teile entfernen. Der Rock. Und, ähm. Armschutz ist das. Nee, Jacke muss an. Da, Schulter. Das kann eigentlich anleimen. Ach so, das ist irgendeine. Ach, können wir auch wegnehmen. Wir sind ja nicht Zorro, oder? Okay. Das ist also Blutmund. Sieht schon nice aus. Gut, Kalista. Ich kann nicht runtergehen. Also gehen wir auf. Ich sehe jetzt einen anderen Seite zu dir. Aber ich glaube, es ist das gleiche für dich. Dann werden wir mal die Goroaks aufhalten. Ja. 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 Ja.